Paper Piecing Paper Piecing beschreibt eine Technik, bei der der Stoff auf einen markierten, vorübergehenden oder dauerhaften Untergrund genäht wird. Traditionelle Lock Cabin Blöcke haben eine hellere und eine dunklere Seite. Beim modernen Lock Cabin Blöcken werden in der Regel Farben in einem zufälligen Muster verwendet. Beim Arbeiten auf einem Papieruntergrund musst du die Stichlänge auf deiner Maschine auf ca. 1,5 mm einstellen. Hier siehst du den Unterschied zwischen der Standardstichlänge und der kleineren 1,5 mm Länge. Damit lässt sich die Papierunterlage leichter abreißen, ohne dass die Nähte beschädigt werden. Stoffreste eignen sich hervorragend für Paper Piecing Projekte. Hier verwenden wir eine Auswahl von Rowan Design Rolls, die in kleinere, ca. 5-18 cm lange Stücke zugeschnitten wurden. Wenn du noch keine Erfahrungen mit Paper Piecing hast, schneide etwas größere Stoffstücke zu als nötig. Gebe eine Nahtzugabe von ca. 1 cm anstatt 0,75 cm zu. Wenn du dich einmal an diese Technik gewöhnt hast, kannst du mit immer kleineren Stoffstücken arbeiten. Wähle dein erstes Stück Stoff für die Mitte des Musters, das Herz, und achte darauf, dass es auf allen Seiten des Ausgangsbereichs etwas größer ist. Drehe die Vorlage um, sodass die bedruckte Seite nach unten zeigt. Lege den Stoff mit der richtigen Seite nach oben in die Mitte. Die Enden müssen über die Linien des ersten Feldes hinausreichen. Lege das zweite Stück Stoff rechts auf rechts so auf das erste, dass die oberen Kanten aufeinander liegen. Stecke den Stoff mit einer Nadel durch das Papier fest. Drehe die Vorlage wieder um, sodass die richtige Seite nach oben zeigt. Lege sie vorsichtig unter den Nähfuß und richte die Nadel auf die gedruckte Linie zwischen Feld 1 und 2 aus. Das ist deine Richtlinie beim Nähen. Senke den Nähfuß ab, drehe langsam das Handrad, um die Nadel zu senken und überprüfe die Position auf der Linie. Nähe entlang der Linie, bis du Feld 3 erreicht hast. Achte darauf, nicht über die Kreuzungspunkte hinaus zu nähen. Entferne die Nadel, klappe das zweite Stoffstück aus und bügle die Naht flach. Wähle das dritte Stück Stoff aus, das breiter und länger als das Feld sein muss. Drehe die Vorlage um, sodass der bedruckte Stoff nach oben zeigt und lege das dritte Stück Stoff mit der bedruckten Seite nach unten darüber. Stecke den Stoff mit einer Nadel fest und drehe die Vorlage um, sodass die Linien nach oben zeigen. Setze die Nadel an Linie Nummer 3 an und nähe bis zum vierten Feld. Stecke den Stoff mit einer Nadel fest und drehe die 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 Nadel fest. Um etwas von dem überschüssigen Stoff zu entfernen, falte die Papiervorlage entlang der neu genähten Linie und schneide den Stoff bis auf etwa 0,75 cm ab. Klappe die Papiervorlage wieder auf und bügle die Naht des dritten Stoffstücks aus. Wähle nun das nächste Stück Stoff für Block Nummer 4. Auch dieses Stück muss größer als das Feld sein. Drehe die Vorlage um und achte darauf, wo sich Feld 4 befindet. Lege den Stoff mit der bedruckten Seite nach unten, fixiere ihn mit einer Nadel und nähe entlang der Linie bis Feld 5. Entferne die Vorlage aus der Maschine. Falte das Papier entlang der neuen Naht und schneide den überschüssigen Stoff ab. Klappe den Stoff wieder auf und bügle die Naht flach. Das nächste Stück Stoff wird über Block 5 gelegt und mit einer Nadel fixiert. Nähe entlang der Linie bis zu Nummer 6. Zum Abschluss der ersten Runde drehe die Vorlage um und schneide die überstehenden Fäden ab. Falte das Papier entlang der Naht und schneide den überschüssigen Stoff ab. Bügle die Naht flach. Wiederhole diesen Vorgang bis alle Felder bedeckt sind. Lege die Vorlage mit der Papierseite nach oben vor dich hin und schneide den äußeren Rand mit Lineal und Rollschneider bis auf einen 0,75 cm Nahtzugabe ab. Diese Nahtzugabe dient dem späteren Zusammenfügen der Blöcke. Untertitelung des ZDF, 2020 Falte die Vorlage entlang der Nähte und reiße das Papier vorsichtig ab, sodass der vollständige Lock Cabin Block sichtbar wird. Bege die Vorlage entlang der Nähe und reiße das Papier vor sich hin und schneide den Fäden an. Vielen Dank.